Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von TCH Support. Heute geht es um Adobe Illustrator und wir schauen uns mal die Pipette an. Was sie macht und wie ich dann mit ihr arbeite. Ich habe hier ein Rechteck gezeichnet und ich öffne jetzt mal noch ein Bild. Und nun möchte ich von diesem Bild die Farbe in mein Rechteck bekommen. Und das mache ich am besten mit der Pipette. Dazu klicke ich einfach auf das Pipettenwerkzeug drauf und wähle dann eine Farbe, zum Beispiel dieses Blau und schlups, hat es geklappt, habe ich das Blau. Das geht auch mit anderen Sachen und damit kann ich mit einem sehr einfachen Weg die Farbe von meinem Rechteck anpassen. Das geht auch in anderen Formen. Ich kann natürlich auch eine Ellipse zeichnen und es wird hier zum Beispiel die Farbe dann dementsprechend angepasst, aber ich kann es auswählen, die Pipette nehmen und eine Farbe wählen. Das ist jetzt hier zum Beispiel weiß. Naja, es gibt auch nicht wirklich andere Farben, aber somit kann ich dann einfach die Farbe mit der Pipette auswählen und an ein Objekt. Seht mal dran, saubern. Okay, dann hoffe ich, habt ihr das verstanden. Und wenn ihr noch Fragen habt, wie immer video.at.tch-support.com Da wir so oft gefragt werden, wie wir Illustrator lernen und gelernt haben, deswegen empfehlen wir euch Illustrator CS5 von Video2Brain und Gerald Singelmann, das Training, um Illustrator gesamt zu lernen.